Hier auf dem Telekom-Stand auf der IFA 2013 sehen wir aus der Xperia Z-Serie das Z1. Das ist die weltweit beste Kamera in einem wasserdichten Smartphone. Ich schicke hier nochmal den Wasserfilm drüber. Eine 21 Megapixel Kamera in einem Android Smartphone, welches eben auch durchaus unter Wasser getaucht werden kann und trotzdem weiter funktionsfähig bleibt. Das ist LTE der vierten Generation, das wird zur Zeit nur von wenigen Endgeräten unterstützt. Am Beispiel hier vorne das Sony Xperia Z1, ein wasserdichtes Smartphone. Die Zahl der Z1, ein wasserdichtes Smartphone, das wird zur Zeit nur von wenigen Endgeräten der Stachtdämmungen shearer. Das ist die Z1, ein Laura Felschicht, der wir auch mit den Hauptsänen, rundheraus Schicht, der ich inhalt, die mit der Z1, ein sehr ständig Beschenheit triten kann. Der Schicht ist ab und der Schicht hat und erläutert, also von schicht. Er war eine Zuverständnis über die Z1, ein moment nach. Er ist ein der Z1, zwei Geräusche. Der Schicht ist es ein Wachsichtsverdämmel!